Rundfunk 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 Schöpfung Schöpfung Jawoll, schön! Ich krieg noch besser nicht so gut! Schäfte! Du musst hier die Schäfte! 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 Mach sie gut so! Nur wenn ihr vorne bleibt! Jawoll! Gut so! Jawoll! Seid da! Position auf! Okay! Jawoll! 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 Du bist da! Arbeite! Schäfte! Schäfte! Okay! Schäfte! Okay! Ohne Seite! Schäfte! Schäfte! Gut! Komm doch mal! Sehr schön! Sehr wichtig! Schäfte! Schäfte! Ich darf Ihnen in der Roten Ecke vorstellen, Artur Sabelgang. Er stammt von Hitzfurt Rosenheim. Er ist Schüler und 16 Jahre jung. Er hat 25 Jahre jung. Er hat 25 Jahre jung. Und 14 Jahre jung verlassen. Arthur Sabelgang. Gut! Ich darf Ihnen noch mal kurz das Kampfsgericht. Hans-Hermann Sangen. Klaus Sasa. Und Axel Pflückkörper. Nachbar. Und er ist in der Zirk-Jetik. Mit Martian ist es Ah! Die Begrämpfer. Die Begrämpfer! исpürger 1 2 2 ok 3 3 Auf gehts Abwort. 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 Auf gehts Abwort.